Hallo, ich bin Björn Semrau von den Piraten. Ich bin Listplatzkandidat für die Bundestagswahl in Hessen und wir stehen hier vor dem Deckerkomplex in Griesheim, nahe Darmstadt, wo sich eine NSA-Abhörzentrale befindet. Wir haben heute gemeinsam mit der Piratenfraktion aus Darmstadt eine Begehung gemacht, um uns das mal anzugucken, um uns selbst ein Bild zu machen, was dort eigentlich ist, was dort vor sich geht. Und man sieht obenrum nicht viel. Es kann sein, dass es unterhalb der Anlage noch Räume gibt. Das gilt es herauszufinden. Wir werden auf jeden Fall Fragen stellen. Wir wollen herausfinden, was es damit auf sich hat und was die Amerikaner hier tun. Wichtig ist, nächsten Samstag, den 20. Juli, wird es um 15 Uhr eine Begehung geben, die ein Griesheimer Aktivist einberufen hat. Um 15 Uhr wird spazieren gegangen werden hier und gepiknigt werden. Es werden viele Leute da sein. Das wird großartig werden. Das Wetter ist auch großartig. Kommt alle hin, unterstützt das, fragt nach. Es geht euch an. Was ist dort los? Was können wir tun? Wen können wir fragen? Kommt vorbei, übt Druck aus. Wir wollen herausfinden, was es mit diesem Deckerkomplex auf sich hat. Seid dabei. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.